Und. Bumms. Hast du den weißen Ritter gesehen? Das meinte ich. Das war schon... ...den weißen Ritter. Ja. Den werden zwar nicht alle lustig finden, aber... ...ich finde den lustig. Und das reicht ja. Ich guck mal auf die Zeit. Hm, wie viel Minuten haben wir? Hm. 55? Wow. Also bei mir 55. Also ungefähr bei euch 54. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, weil das ja alles meistens in 15 Minuten Parts geschnitten wird. Je nachdem. Wie es gerade passt, halt. Der letzte Part bei 18 Minuten. Äh, was heißt der letzte Part? Der Ende. Der 33. Part. Bei nur 18 Minuten. Also was heißt nur? Ist schon ordentlich. Ja, das weiß ich doch. Lade lieber und dann ist dann alles in Ordnung. So. Ein Wolf im Schafsplitz. Den Schrein des Romulus finden. Änderungen? Ja, können wir machen. Oh, kann ich versuchen. Wird bestimmt nicht klappen. Ach, die war scheiße. Kann ich euch sagen. Habe ich doch. Ich habe ihn aufgespürt. Tauchen sie in der Gruppe unter, ja. Mach ich. Okay. Okay. Oh, und das ist ziemlich nah. Habt ihr gehört? Der wachende Valois ist tot. Nun wird sich Bartholomeo Dalbiano sicher gegen den Papst erheben. Oh. Was bringt Cesares Feldzug ins Stocken? Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Es heißt, das päpstliche Vermögen sei erschöpft. Zu serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Und dann sagte ich ihm, wenn du den Preis pro 100 nicht unter 23 Euro für ihn kriegst. So. Was ist denn jetzt hier los? Ruf den Hitler an. Nicht für mich. Ja, halt die Klappe, Telefonnetz. Der Assassine. Er ermordete den Bannier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand kann ihn aufhalten. Vielleicht geht es noch hoffen. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche... Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bähne. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Ah, ja. Er hat den Schlüssel. Ihn müssen wir kriegen. Mach auf. E-Zio. Keiner bemerkt das. Hallo. Ihr kriegt mich nicht. Doch. Ich kriege dich. Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott. Und fort von euch, Assassino. Meinst du? So. Hoch. Weiter hoch. So. Und ab, raus. Ja, du. E-Zio, du bist schrecklich. Wo ist er? Ach, da ist der alte Sack. Was der noch so gelenkig ist. Rutscht doch nicht aus. Hat er Schiss? Ach, ich hätte auch Schiss vor E-Zio. Um ehrlich zu sein. E-Zio ist nämlich böse. E-Zio ist gegenüber denen. Was für Asyl. Ich geb dir gleich. Ich glaube, der ist mal ganz geschillt am Fenster vorbei. Okay. So. Komm. Weiter. Schnell. Und ich kann euch verraten, das kann man hier eigentlich nicht. Also, desynchronisiert kann man hier nur werden, wenn man halt stirbt. Eigentlich. Nein! Anscheinend ist Gott auf meiner Seite! Aber nur anscheinend. Ich krieg dich noch. Keine Sorge. Wo ist er hinten da? Komm, die Treppe hoch. Checkpoint der Reich ist immer gut. Hopp! Jawohl. Okay, was heißt jawohl? Ich verliere dadurch massig Zeit. Ja, ja, Entfernung. Er wartet doch auf mich. Blöd ist das denn, bitte. Aber von Spielern ist das sehr gut. Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Wir sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit hat das Volk in das Licht der Kirche. Ja, ja. So, hopp, hopp, hopp. Und die Treppe hoch. Äh, das ist ein... Äh, spinnt's ja wohl. Nein! Ja. Da sollte er nicht hinspringen. Ich sage es euch auch noch. Äh, ich hasse es doch. Ganz ehrlich. Guckt euch den dämlichen an, ey. Ab hier wieder, ja. Genau. Ey, wie weit ist das? Boah. Ich glaub's ja nicht, ey. Weil der dumme Ezio einmal daneben springt, ey. Was wollt ihr, Assassino? Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Wir sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit hat das Volk in das Licht der Kirche. Geschwind! So, endlich. Hoch. Ja, okay. Andere Seite. Haben wir dich! Hallo. Heinze? Gib den Tritt in die Nüsse, ey. Reicht jetzt hier? Deine Gerechtigkeit. Komm her. Geh sterben, ey. Komm. Ey. Weicht der Dreckzack aus, ey. Komm. Geh sterben, Mann. Geh. Geh umfliegen, genau. Komm. Komm. Halt die... Boah, ey. Der regt mich jetzt auf, ey. Geh sterben, Mann, ey. So. Der Tod. Requeue es, glatt in die Hatsche. Doch sie hat an die falsche Stelle gepackt. Ist eklig, was du da machst, Ezio. Hat der noch was? Hat der noch was? Nee, nur Gift. Wie viele Minuten habe ich noch? Also, ein Felsen. Boah. Ach, scheiße, jetzt auf die Schätze. Oh. Heftig. Das kann ich eigentlich nicht schaffen. Nicht eintauchen. Schneller. Mach auf. Ich scheiße jetzt mal auf die Schätze. So. Ich kann es noch schaffen. Und soll ich euch das gleich zeigen? Ja, ja. So. Code. Codeblatt. Oh, ich kann es eigentlich noch als nicht Codeblatt. Komm, lass mich das. Jawohl, guter Puzzle. Kann ich euch jetzt mal eben zeigen. Hier. Das letzte Stück der Schriftrolle fehlt. Äh, warum? Ein Wolf in Schafsbets. Jawohl. Jetzt habe ich mal auf die Schätze geschissen, wenn ich das innerhalb der 8 Minuten schaffen wollte. Und das war ganz knapp. Ganz knapp. Und jetzt können wir uns die Masterrüstung hier holen. Das wird lustig. Die zu finden. Das werde ich auch noch mit euch machen. Memory. Wohin. DNA-Menü. Ja, weiß ich doch. Alles. Ach, ich komme da auch wieder raus, oder was? Da ist er wieder. Nee. Da ist er wieder. Ja, genau. Hätte ich euch die, was ich verpasst habe, euch jetzt zeigen. Datenbank-Glitzer-Einträge. Warum? Dokumente. Okay. Drei, vier. Fünf. Sechs. Hm. Hm. Ja. Scheint wohl dort nicht. Hätte ich euch gerne gezeigt. So. Jetzt mal auf der Platte markieren. Ähm. Da. Da. Da wollen wir hin. 800 Meter. Heftig. Was für kalt, Mati. Ich gebe dir gleich hier. Wieso? So soll es sein. Okay. 20.000 Meter. Ach, du Scheiße. Ich schwirr mir ja langsam in Geld hier. Kann ich wieder mehr was holen? Nach Einbruch der Dunkelheit, die Brücken der Stadt. Ich habe ein Elixier aus der Stadt. Du hast ein Elixier, Herrsch. Na gut. Weg, weg, weg. So. Schnell ins Wasser dann. Hopp. Jawoll. Hopp. Und hopp. Und jetzt schnell schwimmen, habe ich gesagt. So, dann. Knapp 600. 500. Gut. Einmal durch die ganze Stadt noch. An die Seite, Mann. Ich stehe den Weg. So. Das ist eine Schnellreise. Ich glaube, die werde ich auch nutzen. Ich glaube, die werde ich nutzen. Ich nutze sie. Saygents. Ich gehe ins Bust. Ich renge essentially. Du sie und alles.